Hallo meine lieben Leute, ich dachte mir, ich habe heute einen Lauf und mache einfach direkt das dritte Video noch hinterher. Und zwar ein guter Zusammenhang zum zweiten Video mit den Schüben ist das sogenannte Cortison, was man bei Schüben bekommt. Wie immer schreibe ich euch einen netten Text unter dieses Video, was Cortison überhaupt ist, wofür man es benutzt und was es im Körper überhaupt macht. Ich habe bisher leider sehr, sehr oft Cortison in meinem Leben bekommen und sage nach wie vor, das ist ein Teufelszeug. Ich merke persönlich nach jeder Gabe, dass ich mehr und stärkere Nebenwirkungen bekomme. Ja, ich persönlich habe in meinem Leben schon sehr oft Cortison bekommen und ich habe halt gemerkt, dass die Nebenwirkungen mit jeder Gabe immer schlimmer werden bei mir. Am Anfang zu der ersten Gabe, da kann ich mich noch gut dran erinnern, gab es fast keine Nebenwirkungen. Ich war ein bisschen müde, ich war träge, ich war ein bisschen geschafft, so als hätte man vielleicht gerade drei Arbeiten hintereinander geschrieben. Eigentlich soll der Cortison aufpushen, bei mir ist immer komplett das Gegenteil. Bisher gab es für mich immer die hochdosierte Therapie, sprich fünf Tage hintereinander ein Gramm. Ja, und irgendwann merkt man halt, oder ich zumindest, wie die Nebenwirkungen stärker werden. Manchmal war es nach der dritten oder vierten Gabe, jetzt seit neuestem, also bei meinem letzten Schub, da habe ich schon nach dem ersten Tag gemerkt, wie dreckig es mir ging. Der Körper lagert Wasser ein, man fühlt sich aufgeplustert. Ich persönlich konnte auch gar keine Treppen mehr gehen, ich hatte einfach gar keine Kraft mehr dazu. Es war, als hätte ich Blei an den Beinen und eine Treppe hat mich schon überfordert. Ich musste diverse Male stehen bleiben, musste erst mal Luft bekommen, weil ich einfach keine Kraft dazu hatte. Ich kenne zum Glück aber auch einige Leute, bei denen die Nebenwirkungen gar nicht so stark ausgeprägt sind wie bei mir. Und sobald ich eine Infusion bekomme, merke ich so nach circa 10-15 Minuten, wie ich einen metallenen Geschmack hinten auf meiner Zunge bekomme und habe das Gefühl, dass die ganze Zeit da irgendwas drauf ist. Bei mir hilft da auch kein Essen, kein Kaugummi kauen, kein Trinken, gar nichts. Dieses Gefühl bleibt im Prinzip die ganze Zeit da und egal, was ich esse, es schmeckt alles nach Metall. Und das Schlimmste, was ich auch noch mitunter als Nebenwirkung sehe, ist der große Appetit. Man ist nie satt. Ich könnte frühstücken, dann das zweite Frühstück nehmen, ein Vormittagessen halten, ein Mittagessen, Nachtisch nehmen, vielleicht noch ein Vorabendessen, noch ein Snack, ein Abendessen und am Ende noch einen Tee trinken. Und da Cortison so einiges im Körper anlagert, sieht man dann kurze Zeit danach aus wie ein Michelin-Männchen. In diesem Sinne seid ihr wieder gefragt, wie sieht es bei euch aus mit Cortison? Welche Erfahrungen könnt ihr mit mir teilen? Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr dazu schreibt und was ihr dazu zu sagen habt. Wenn ihr noch irgendwas darüber wissen möchtet, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, direkte Fragen in den Kommentaren schreiben und ich versuche auf alle einzugehen. In diesem Sinne, bis dann und bis zum nächsten Video. Ciao!